UNTERTITELUNG Sobald man sich einloggt, verliert man die Kontrolle. Ich kann jeden hacken. Alles. Überall. Sie verschieben das Geld. Keine Fingerabdrücke, keine Spuren. Keine Barmen. Was wissen wir über den Kerl? Cyberkriminelle haben einen Reaktor in Chaiwan in die Luft gejagt. Mehr wissen wir nicht. Um diesen Kerl zu fangen, brauchen wir einen Black-Head-Hacker namens Hathaway. Ein genialer Programmierer, verurteilt zu 15 Jahren. Wenn Sie meine Unterstützung wollen, will ich kompletten Strafe erlassen. Was denken Sie eigentlich, wie weit Sie bei solch einem komplexen Angriff ohne jemanden wie mich kommen werden? Zero. Das hier ist keine Verhandlung. Jetzt ist es eine. Hier, das ist der Code. Dieser Bereich sieht unvollständig aus. Er schreibt immer noch. Woran? Der Typ, den wir suchen, würde ohne Skopel eine Stadt auslöschen. Kommen Sie mir nicht mit dem 11. September. Runter! Erst China, jetzt Chicago. Das ist nur der Anfang. Hat er politische Ziele? Hinweise auf Terrorismus? Keine Forderung, kein Bekennerscheiben. Was will der Typ? Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Politik. Für dich ist das alles nur ein Spiel in einer virtuellen Welt. Du warst nie Teil des Spiels. Was immer jetzt kommt, es befindet sich da drin. Können Sie's hacken? Ich dachte, dafür bin ich hier. Wenn ihr sie findet, sind Sie ein toter Mann. Haben Sie gewusst, was der Kerl macht? Er hat die NSA und das Pentagon gehackt. Bringen Sie ihn zurück. Du musst abhauen. Ich werde ihn aufhalten. Bei so einem gefährlichen Mann geht es nur darum, schnell genug, dicht genug ranzukommen. Du hast die Kontrolle verloren. Der große Schlag kommt noch. insects spätestens. Du hast die Kontrolle gewusst. Das ist die Kontrolle brow Optionen. Diasation. Du hast die Kontrolle in der Stadt. Du hast die Kontrolle in der Stadt. Du hast die Kontrolle gehört. Vielen Dank.